Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Heute geht es um das Thema Hochsensibilität annehmen und dich selbst annehmen. Und genau das ist nämlich der Unterschied, wie ich mal wieder feststelle, zwischen Überforderung, zwischen Stress, zwischen dich eben im Verstand bewegen und den Ängsten, die da sind von ich darf nicht so sein, wie ich bin etc. Oder immer mehr in dein Potenzial zu wachsen, in das Vertrauen in deine Wahrnehmung, dem zu folgen. Ja, und ganz, ganz anderen Ergebnissen. Und eine Geschichte möchte ich dir vorweg erzählen und zwar eine von vielen stellvertretend von dem, was ich da erlebt habe. Das war in Indien letztes Jahr. Da bin ich mit AJ durch die Gegend gereist, ist ein indischer Freund von mir, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe da. Und wir kamen anfangs so auf das Thema Hochsensibilität zu sprechen und er hatte davon noch nie gehört. Also er ist absolut nicht hochsensibel und versteht das auch nicht. Und konnte sich dann auch, als ich ihm davon erzählt habe, nichts darunter vorstellen. Aber er hat dann seine Erfahrungen damit gemacht. Und zwar waren wir zum Beispiel unterwegs, hatten kein Handy dabei, mussten telefonieren. Es war wichtig auch in dem Fall. Und er hat dann auf der anderen Straßenseite einen Shop gesehen. Und da stand auch Cellphone oder you can call oder was auch immer. Der meinte, ah, ich gehe da kurz rüber, dann kann ich die Sache regeln und alles ist gut. Ich hatte ein Gefühl von, nee, da kann man nicht telefonieren. Ich sehe auch das Schild, das steht zwar da, aber das kann man da gerade nicht. Habe ihm das auch gesagt. Meinte, du, mir kommt es so vor, als ob man das dann nicht kann. Und er meinte einfach nur, nee, nee, du wirst schon sehen, ich gehe da jetzt hin und mache das. Kam nach zwei Minuten zurück. Man konnte dann natürlich nicht telefonieren, weil das Handy gerade nicht da war. Ja, dann hat er sich gefragt, woher wusstest du das? Oder hat so gemerkt, dass irgendwas hat in ihm gearbeitet, mit dem Thema, worüber wir vorher geredet haben. Und jetzt hat er die Erfahrung gemacht. Dann meinte ich, du, aber ich habe das Gefühl, hier drüben, bei diesem Hauseingang, da war einfach nur ein normales Wohnhaus. Da kannst du telefonieren. Ja, er hat sich dann erstaunlicherweise darauf eingelassen. Und tatsächlich direkt im Erdgeschoss, direkt hinter der Tür, wo ich das Gefühl hatte, da kann man telefonieren, war dann ein kleines Büro und die haben ihn telefonieren lassen. Die Tür war angelehnt, er konnte einfach rein, hat gefragt. Alles gut. Und das ist einfach stellvertretend eine von ganz, ganz vielen Geschichten und Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit einfach immer mehr mache. Also immer mehr und mehr und mehr, je mehr ich mich selbst annehme. Das eben, je mehr ich mich selbst annehme, je mehr ich in mir ruhe und das genauso kommuniziere, desto mehr hören Menschen drauf. Und gerade auch die nicht hochsensiblen, von denen ich früher dachte, die, ja, die gehen einfach über meine Grenzen etc. Und die das einfach nicht mitbekommen. Woher sollen die das wissen, was ich wahrnehme, wenn ich denke, ich darf das nicht heilen und wenn ich mich damit verstecke. Und das habe ich früher gemacht. Das war keine schöne Erfahrung, hat eben bis zum Burnout geführt, dass ich dachte, ich muss dagegen kämpfen, ich muss mich anpassen, ich muss irgendwo reinpassen. Und jetzt ist es einfach so, wie du siehst, ich bin gerade hier mitten in der Natur, drehe hier die Videos, weil es einfach mir entspricht. Und hier kann ich strahlen und hier bin ich entspannt. Irgendwo in einem Gebäude drin wäre ich das nicht. Das heißt, es ist einfach eine ganz grundlegende Sache im Leben und nicht nur für Hochsensible, sondern für jeden. Also es ist ja auch die Grundlage von jeder Religion, glaube ich, oder auch von jeder Kultur, von allem, was die Menschheit erkannt hat, ist, erkenne dich selbst. Das ist so die Theorie. Also es sind zwei Worte, nee, drei Worte. Erkenne dich selbst. Das klingt erstmal sehr leicht oder ist auch sehr, sehr einfach gehalten. Aber es ist eben nicht unbedingt leicht, sondern es ist einfach ein Prozess und das ein lebenslanger. Ja, das als eine Anregung für dich, weil, ah, das war noch der wichtige Punkt, haha, was mir aufgefallen ist bei mir selbst und es kommt mir auch so vor, dass es vielen anderen Hochsensiblen so geht, ist, dass in dem Moment, wo uns bewusst wird, da ist irgendwas in mir, da schlummert noch was, wo ich nicht im Kontakt mit mir wirklich bin, sondern da ist eine Blockade, da ist eine Angst. Da kommt oft dieser Impuls, etwas zu heilen, etwas heilen zu wollen, etwas verändern zu wollen. Und ich erkenne bei mir oft dahinter dieselbe Motivation, wie meine Hochsensibilität zu bekämpfen. Nämlich, da ist was nicht in Ordnung mit mir, ich müsste anders sein, als ich bin, also muss ich das schnell wegmachen, damit ich in Ordnung bin. Das ist genau das gleiche Spiel, wie vorher. Und ja, was ich eben als Ausweg sehe, als eine Lösung, ist einfach das anzunehmen. Anzunehmen, dass sich da was gerade nicht okay anfühlt zum Beispiel. Anzunehmen, dass du dich nicht gut damit fühlst. Und für mich ist es bisher jedes Mal so gewesen und auch vor dem Drehen dieser Videos, dass in dem Moment, wo ich das annehme, dass eine Stimme in mir sagt oder dass ich das Gefühl habe, ich darf das nicht sein. In dem Moment gebe ich dem die Aufmerksamkeit, es entspannt sich und es erwächst daraus die Blume von, ich darf so sein. Ich darf da sein. Auch wenn ich es mir vorher nicht hätte vorstellen können. Es ist jedes Mal so. Ja, das für heute. Wenn du damit arbeiten möchtest, ich habe eine geführte Meditation dazu gemacht, die Meditation Hochsensibilität annehmen, die dich einfach in einen tiefen Entspannungszustand führt und wo ich dann dir verschiedene Impulse gebe, wie du einfach eine Reise zu dir selbst machen kannst und die dich dabei unterstützt, dich selbst anzunehmen, wie du bist, findest du unten die Beschreibung und mehr Details darüber, wenn du auf den Link klickst. Und ja, das ist es für heute. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich wahnsinnig über Rückmeldungen. Hast du Erfahrungen gemacht, deiner Wahrnehmung zu vertrauen und was ist dabei herausgekommen? Auch als Inspiration für die anderen, die das dann lesen, dass wir hier ein bisschen die Atmosphäre kreieren von das Potenzial der Hochsensibilität nutzen und wie schön es ist, uns selbst anzunehmen. Ja, das für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du Interesse an der Meditation hast und alles, alles Liebe.